Josip, du gewinnt 3-0 gegen Hilo heute. Was denkst du über das Spiel? Ja, das ist ein schweres Spiel. Die Gegner versuchen, alles zu bekommen, um etwas aus dem Portland Park zu bekommen. Aber ich denke, dass wir es ziemlich gut handeln. Natürlich, wir auch in einigen Phasen des Spiels, aber ich denke, dass es auch normal ist, weil wir wirklich unsere Energie von zwei Tagen verloren haben. Es war sehr wichtig, dass wir heute drei Punkte bekommen haben. Ich denke, dass die Leistung vielleicht nicht auf der Bühne war, aber drei Punkte in der Endeffektion war. Wir müssen uns einfach glücklich sein, dass wir unser Ziel erreichen haben. Jetzt haben wir Zeit, um zu retten und zu vorbereiten für das nächste Spiel zu bekommen. Wie bist du heute? Ich würde lieb, wenn ich gesagt habe, aber mit dieser großartigen Freude ist es wirklich einfacher. Und ich würde sagen, dass sie heute hierher kommen, dass sie unsere Unterstützung haben. Und es ist wirklich ein großer Bühne in unserer Bühne. Und wir hoffen, dass sie jeden Wochenende kommen, in einem großen Teil. Du hast viele große Bühne in den letzten Spiels für UB. Und was passiert mit Josip Postawiec? Was passiert? Nichts. Ich denke, dass das wirklich Josip Postawiec ist. Und wie ich gesagt habe, zwei Tage vorhin, ich war wirklich... Ich habe einen wirklich schweren Zeit, aber ich möchte mich bedanken, und dass sie alle Gäste geben, weil sie mir die große Energie geben, weil sie mir die große Energie geben, um wirklich hart zu arbeiten, um wirklich hart zu arbeiten, damit ich jetzt in guter Form zu arbeiten kann. Und ich würde gerne diesen Vektorien bei meiner Freundin zu Hause geben. und sie sind für mich wirklich großartig. Es ist wirklich schön, dass sie wieder ein Teil des Team sein und sie helfen, zu erreichen unsere Zielgruppe. Ich freue mich jetzt diesen Moment. Wir kämpfen immer noch für drei Punkte, jede Woche. Das ist es. Du brauchst all den Respekt, die Fans haben. Die Fans sind auch ihr Namen. Wie ist es, sie zu hören? Wie ist es, sie zu hören? Natürlich ist es, als Fußballspieler. Der Gefühl, wenn man diese Guss auf der Kiste, ist vielleicht etwas der Beste, das man kann fühlen. Und natürlich, wie ich sagte, ich danke ihnen wirklich. Nicht nur wegen mir, sondern wegen der ganze Team. Wir haben natürlich einige schlechte Zeiten im Spiel, und mit ihren Unterstützung. wir können wirklich mehr Energie rausnehmen. Ja, das ist ein wirklich tolles Sport. Josip, ein neues Goalkeeper kam zu ÖB nicht lange vor. Er war heute auf der Bench. Wie sieht man diese competition mit ihm? Ja, es ist normal. Es ist normal, dass du in der Klub mehr Beleidungen brauchst, weil ich nie weiß, was passieren kann. Und natürlich auch, dass ich mich noch mehr empfiehlt. Es ist gut. Also, ich würde ihm einen willkommen geben. Und ja, wir sind hier, um für die Position zu kämpfen. Und das ist es. Es ist einfach. Danke. Ein tolles Spiel heute Abend, Josip. Danke. 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 Danke.